Liebe 96-Fans, ich bin euer neuer Cheftrainer und ich freue mich auf eine tolle Saison und hoffentlich auf viele Feiern in der HDI-Arena. Also unmittelbar vor dem Spiel fokussiere ich mich total auf die Mannschaft und konzentriere mich auf den Gegner und nur auf das, was auf dem Platz passiert. Ich versuche Sport zu machen, beschäftige mich mit meiner Familie und meistens auch mit meinem Hund. Ich war noch nicht so oft in Asien, nur in so Städtebesuche gemacht in Peking, Shanghai, Zhuangzu und so und da möchte ich doch noch mal etwas längere Zeit verbringen. Ich trinke schon gerne mal ein Glas guten Rotwein und ansonsten bin ich so ein salziger Typ und so ganz tolles Essen, so Sterneküche ist nicht so mein Ding, aber wenn es irgendwie was salziges und ein Glas Rotwein gibt, bin ich sofort dabei. Ich hoffe, ich bin charmant genug, um Menschen zu begeistern. Menschenfänger würde ich jetzt nicht sagen. Ich hoffe, ich bin freundlich, zugänglich und am Ende muss ich natürlich sehr zielstrebig sein als Cheftrainer und das gehört natürlich auch dazu. Ich begrüße mich mit dem 해주ern, das ist es ein L bearMA Mink surrounding, das ist ein L druf вообще und das ist gar nicht so alt.